Hey Leute, willkommen wieder zu Fire Emblem Path of Radiance. Das letzte Mal haben wir den spielersüchtigen Makalov getroffen, meine Güte. Oh Mann ey, was für ein Typ hier. Ja, er ist leider gar nicht so gut in dem Spiel, ja. Und seine Schwester ist völlig am austicken, was man verstehen kann, ja. Und seine Schwester hat wenigstens ordentlich was auf dem Kasten. Von daher, ja, ist das schon eindeutig alles. Obwohl er im Nachfolger, wie gesagt, nicht unbedingt mal so schlecht ist, ja. Aber hier trifft das definitiv noch nicht zu. Oh Mann, oh Mann. Na gut, wie auch immer Leute, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorankommen, ja. Alsbald ist das Kapitel aber abgeschlossen, so oder so. Sehen wir mal. Ich weiß jetzt dummerweise natürlich nicht, was hier doch alles sich verstecken könnte. Ich meine, gut, Makalov hat wahrscheinlich nicht viel zu befürchten. Ich habe nicht gesehen, dass es ihn unglaublich runterzieht, weil er überhaupt nicht unbedingt besonders stark ist, ja. Deswegen mal sehen. Hä? Hast du einen Krampf? Kampf? Erbefall? Was? Oh, Gefahr? Himmel, was soll ich nur tun? Oh, vielleicht hilft dir dies, Liefchen. Das liegt hier und setzt Staub an, genau wie ich. Niemand besucht mich. Egal, ich weiß nicht, wozu es jetzt nicht ist. Aber es ist hübsch. Hätte ich das meinen Enkeln gegeben, würden sie mir vielleicht ab und zu schreiben. Hier, nimm es. Aber jetzt tu mir einen Gefallen und beschützt mein Haus, ja. Nein, mein Haus, eine Maus, wo? Vorteil kriegen wir ja wunderbar, ja. Das ist natürlich sehr, sehr nützlich. Anscheinend ist hier niemand mehr, so wie das aussieht. Aber ich traue dem Frieden noch nicht so hundertprozentig, ja. Müssen wir mal sehen. Na ja, gut, bis zur Brücke können wir ja sehen, ne. Wir sollten auf jeden Fall mal zügig vorankommen. Pappala Papp, Leute, weiter geht's, ja. Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen was gut machen wieder. Zack. Denn theoretisch will ich die volle Bonus-Erfahrung, müsste ich es in fünf Zügen abschließen. Und dafür wird es doch allmählich ein bisschen knapp, ja. Aber so oder so hundertprozentig heutiger Abschluss, ja. Das ist schon klar, Leute. Dafür da ich keinen Weg dran vorbei. Immer noch Waffenlevel. Ey, was ist denn los? Ich verstehe es nicht, ja. Das ist ja unglaublich. Ja, weißt du was? Nee, du kommst auf jeden Fall mal hier hin, ne. Weil du kannst den hier ohne Probleme plätten. Und das machen wir jetzt auch. So. Sprich dein letztes Gebet, Freundchen mit einem Lagust-Bogen. Oh, nett. Sogar mit Adept durchgezogen hier. Jawohl. Sehr schön. Das sieht immer so toll aus. Und wir kriegen auch den Lagust-Bogen. Das ist natürlich super für Rolf. Den kann Rolf auch schon nehmen. Wunderbar, ja. Müssen auf jeden Fall weiterkommen. Da führt kein Weg dran vorbei, ja. Die Frage ist eben nur, welcher? Wer macht denn mehr Schaden? Der hat nur die Gift-Axt wieder. Er trifft also auch nicht gut. Dann ist die Entscheidung eigentlich schon klar. Dann räumen wir jetzt den hier mit seiner Stahl-Axt weg, ne. Denn der andere ist eine geringere Gefahr. Der stellt kein wirklich hohes Risiko dar. Vergleichsweise. Ach, nö. Nein. Das ist in dem Fall echt richtig doof sogar. Weil wir jetzt überhaupt nicht mehr vorankommen. Ach. Super. Und ich muss irgendwie hier durchbrechen, ne. Das nervt mich extrem. Boah. Das ist jetzt richtig nervtötend. Ganz im Ernst. Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Nein. Du solltest dich nicht... Oh Gott. Du solltest dich jetzt gar nicht angreifen. Ich wollte ein Heilmittel benutzen. Herrschaftszeiten. Meine Güte. Gott sei Dank hat der Typ nicht getroffen, ja. Ich wollte eigentlich nur ein Heilmittel benutzen. Und mich mit einem Eisenschwert hinstellen. Nachdem ich jetzt hier eh nicht durchkomme. Ja gut. Dann könnt ihr jetzt hier auch zusammenarbeiten. Ganz im Ernst. Dann ist es eh egal. Dann soll Illi ihre Erfahrungspunkte kriegen. Und gut, das weißt du. Ja. Hau drauf, Boyd. Ganz im Ernst. Hau einfach drauf, ja. Sehr ärgerlich. Wahrscheinlich brauchen wir sechs Züge. So wie ich das jetzt einschätze momentan. Vielleicht, äh... Haben wir doch noch irgendwo Erfolg. Mal sehen. Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube... Das war's jetzt. Mit dem Windzauber. Ja, wegen 100% schon. Ist immer ein bisschen besser, ne? Gehen wir mal auf die 100% hier. So, das war's also auch mit ihm. Wunderbar. Es regnet Erfahrungspunkte. So, mal sehen, was passiert. Ja, er greift Ike wieder an. Das kann sehr gefährlich werden. Also die Situation da oben gefällt mir eigentlich so ganz und gar nicht, muss ich sagen. Oh, sehr gut. Okay. Wunderbar. Okay, dadurch, dass Ike jetzt nochmal ausgewichen ist, sieht das schon ganz anders aus. Aber hätte der Stahlax-Typ jetzt noch einmal zumindest getroffen, das wäre schon echt am Limit so ein bisschen. Ah, ja. Sieh mal einer an. Da kommen also noch mehr Leute rübergerannt. Ich dachte's mir schon. Da verstecken sich doch noch so ein paar, ja. Ach, er hat auch eine Stahlax zusätzlich, dieser Typ. Interessant. Das hat man auch nicht direkt gesehen. Na ja, gut. Achso, nee, das war ja der auch. Nee, alles in Ordnung. Stimmt, ja. Alle gehen auf Ike, interessanterweise. Ich glaube, weil er auch der Commander ist. Das ist, glaube ich, auch so einprogrammiert, dass sie doch bevorzugt auch mal den Commander eher angreifen, ja. Du besuchst mal das letzte Haus. Ich habe das hier im Fluss gefunden, aber meine Mami sagt, das sei schmutzig, da muss ich es wegwerfen. Möchtest du es haben? Wirklich? Gut, du kannst es haben. Bitte pass gut darauf auf. Ein Geheimbuch. Ja, wunderbar. Das sind tolle Sachen hier auf jeden Fall. Eine Vorteilrolle, ein Geheimbuch. Und dann haben wir Geist bekommen. Super tolle Sachen. Die Vorteilrolle gefällt mir natürlich mit am besten, ganz klar. Hier müssen wir mal irgendwie durchkommen. Das nervt mich gerade auch so ein bisschen. Ja, probier das mal mit deinem Stahlschwert. Easy, ne? Das kriegst du hin. Ich würde ja nur ein Delphine wird nicht direkt durchkommen. Wegen Waffendreicke in dem Fall. So wie ich das einschätze. Vielleicht schon, aber mal sehen. Wie sieht es denn da aus, ha? Kannst du das schaffen? Ja, ich habe es mir fast gedacht und das ist dann wirklich zu risky. Also man muss es nicht völlig übertreiben, ja. So, aber. Ja, oder im Zusammenspiel. Ne, das sind eh 100%. Also steht die Entscheidung fest, ja. Das ist kein Problem. So, nur der Boss hier, da weiß ich, der ist sehr gefährlich. Wegen einer verdammt hohen Crit Rate, ja. Der könnte ein bisschen rumnerven. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir da überhaupt an die Front stellen, ja. Beut könnte hier schon mal einen Wurfball rüberschmeißen. Vielleicht sogar zwei mit viel Glück. Und dann wäre das doch schon deutlich entschärft, ne? Mal sehen. Vielleicht hat er ein bisschen Glück. Nein, noch nicht. Jetzt vielleicht. Ja, einmal Glück. Aber einmal Glück ist leider zu wenig in dem Fall, ja. Ich glaube, wir sind wieder einen Schadenspunkt entfernt, ne? Immer diese Waffendreiecke. Schrecklich. Die Verstärkung, soweit ich weiß, die bewegt sich nämlich nicht auf uns zu. Also diese Tiger müssten da irgendwo rumstehen. Aber die bewegen sich, glaube ich, nicht. Also benutzt mal Langsperre. Ja, wunderbar, ja. Sehr gut. Wie sieht's aus? Immer noch kein Waffenlevel. Verdammt nochmal, ne? Man merkt schon, ich bin hier völlig wild auf dieses Waffenlevel ab. Irgendwas? Ne, das ist gleich. Also, ja, 57 ist nicht besonders gut, die Trefferschance, ja. Es wäre aber sehr, sehr schön, wenn du hier treffen würdest. Sehr schön, okay. Gut, gut. Oh. Okay, der bewegt sich nicht. Ich glaube, der Boss, ich bin mir nicht sicher. Aber da schon Leute in seinem Range waren, wird das sich wohl auch nicht bewegen. So wie ich ihn jetzt einschätze, ne? Das heißt, wir könnten theoretisch sogar mit Ike hier rüber und den hier wegräumen. Das wäre jetzt kein Problem. Weil hier natürlich, man ist erst mal völlig am ausflippen. Oh Gott, jetzt steht hier auf einmal so einer, ja. Ein Berserker mit Meisterachs. Toll. Crit 50, super. Er hat jetzt keine Skills oder so, aber man sieht schon. Aua, der Typ, der ist ein bisschen gefährlich, ja. Und wenn der jetzt Ike erwischen würde hier mit einem Crit, dann war es das. Ja, 45 wären das dann. Da muss man halt wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen auf Distanz agieren und solche Scherze, ja. Das ist schon wirklich nicht ohne. So. Da sie sich, wie gesagt, nicht bewegen, sollten wir einfach den Magier, glaube ich, ausschalten. Und gut ist, was wir auch ohne Probleme schaffen. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Leider getroffen, aber gut. Ja, wir müssen jetzt einfach glücklich aufpassen mit dem. Also, wir werden viel auf Distanz agieren bei ihm, das ist klar. Ich denke, er bewegt sich erst, wenn er ihn einmal angegriffen hat. Hey ihr, warum legt ihr nicht eure Waffen nieder und verschwindet lebend von hier? Ihr könnt euch noch so sehr in Position bringen. Ihr werdet es nicht schaffen, uns zu schlagen. Halt die Klappe, ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber wenn ihr unsere Waren verliert, verlieren wir alles. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. In dem Falle lasst ihr uns keine Wahl. Wir werden keiner warm zeigen. Du bewegst dich jetzt aber nicht, oder? Oh Gott, ey. Ich hatte gerade so Angst wegen dem Dialog. Oh mein Gott, ey. Nein, ohne Witz, also da kriege ich dann wirklich ein bisschen hier was mit der Angst zu tun, ja. Wenn dann so ein Dialog auf einmal ausgelöst wird, dann denkst du dir, oh Gott, oh Gott, bewegt das sich jetzt doch? Ist das jetzt der entscheidende Zug oder so? Oh Gott. Ja, da kriegt man schon ein bisschen Panik. Ich benutze jetzt nochmal Fakke. Ich weiß gar nicht, wie viel Kriegsnebel überhaupt noch im Spiel auftritt. Das könnte sogar der letzte sein, ganz im Ernst. Oh, sieh mal einer an. Den könnte ich zur Not auch noch angreifen, mal sehen. Ja, dann brauchen wir einen Zug mehr, ist nicht so schlimm. Da gehe ich jetzt nicht auf die vollen Bonus-Erfahrungspunkte, weil ich habe auch nichts davon, wenn ich das Ganze verliere, ne. Von daher, wow, das war wieder super, toll. Gut gemacht, Applaus dafür. Leider doppelt so rinneig. Und jetzt wären wir zum Beispiel in so einer Situation, wo einfach mal es mega gut wäre, wenn der Typ seinen Adept raushaut, ja. Aber wahrscheinlich tut das wieder nicht so, wie ich ihn kenne. Du, du bist wie wir. Du isst Fleisch, du reitest auf Tieren. Ich bitte dich, wir verletzen hier doch keine Menschen. Du bist schon dabei, ein paar Halbmenschen zu fangen und zu verkaufen. Ja, natürlich kein Adept. Es ist immer so, ne. Aber gut, ihr seht schon, mit Magie, das ist die richtige Lösung hier auf jeden Fall. Ich wusste es, dahinter ist noch jemand, aber direkt hinter ihm. Das war jetzt das, was ich nicht auf dem Schirm hatte, so. Dass die praktisch direkt hinter ihm sind. Ja, wenn du schon 10 machst, ganz im Ernst, dann wird das auch was, ja. Ja, irgendwie eine gewisse Ironie, dass jetzt Zihak hier mit dem Laguz-Brecher angreift, ja. Der Freund der Laguz schnetzelt Laguz nieder, super. Aber hey, ja, Erfahrungspunkte, tut mir leid, ja. Das rechtfertigt alles, ja. Scheiß auf Ethik, Erfahrungspunkte, Bitches. Super. Okay. Level 14. Und schon wieder Geschwindigkeit. Was geht denn mit dir ab, ha? Meine Güte. Tempo, Tempo, ha. Ach, Oskar hat ja doch eine Laguz-Lanze, ja. Alles klar. Ja, und da tötet ihn nicht direkt. Das ist ideal, dass zum Beispiel Nefin vielleicht abräumen kann oder so. Würde mir jetzt eher entgegenkommen. Das probieren wir einfach mal, ja. Oskar, der Typ, ja. Oskar ist so der insgeheime Frauenheld, wisst ihr. Er ist freundlich, er kann gut kochen und macht kritische Treffer mit Lanzen. Wie auch immer. So, wir machen mal weiter. Nefin ist als nächstes dran. Mann. Die wird nicht sterben durch so einen Angriff und bekommt hoffentlich endlich ihr verdammtes Waffenlevel, ja. Ich warte drauf. Enttäusch mich nicht, ja. Ich brauch dieses Waffenlevel, Mann. Was ist denn los hier, ja? Das gibt's doch nicht. Du levelst immer so schön, aber das Waffenlevel, das bleibt bisher noch verschont, ja. Ja, wunderbar. Schönes Level ab, wieder. Gefällt mir. Na los, komm schon, ja. Immer noch nicht. Ich versteh's nicht, ey. So, auf jeden Fall darf ich hier mal Sia angreifen. Vielleicht sogar mit einer Stahllanze. Ich glaube, das ist besser. Dann könnte Chill eventuell hier direkt kieren. Jo, das machen wir. Jetzt gehen wir zumindest noch darauf, dass wir uns hier die Erfahrungspunkte schnappen. Na, da ist ein bisschen Ausgleich geschaffen, wenn wir schon nicht die vollen Bonus-Erfahrungen kriegen. Das funktioniert doch ganz gut, so. Chill. Jetzt enttäusch mich aber nicht, ja. Please. Weil ich muss dann so oder so auf jeden Fall wegfliegen. Dann werden wir den in dem Kapitel auf jeden Fall nicht mehr schaffen, diesen Typen da. Also streng dich an, ja. Danke. Sehr gut. Das hätten wir, Leute. Wunderbar. Jetzt hoffen wir darauf, dass du hier bitte einen Treffer landest, ja. Das sollte doch machbar sein. Brutzel, ja. Bämst. Jawohl. Super. So lobe ich mir das. So, wer hat jetzt eigentlich die beste Trefferchance, so. Also eine Eisenklinge wäre ja immer noch nicht das Nonplusultra. Wenn du jetzt nochmal mit dem Wurfball hier triffst, lieber Boyd. Oh, das tötet ihn. Schade. Das kann ich nicht machen. Noch ein Kurzspiel wäre zu viel des Guten. Wie sieht es bei dir mit einem Wurfball aus? Ja, das können wir mal probieren. Einfach nur, weil es noch einen Tick sicherer ist, ja. Wenn dieses Wurfball trifft. Und außerdem gibt es ein bisschen mehr Erfahrung, wenn wir das so machen. Sehr gut, ja. Aber jetzt können wir mit einem Eisenschwert agieren. Und das sind eben bei einem alten RNG-System bei 97 Prozent ja eigentlich schon so nahe zu 100, kann man sagen, ja. Das ist einfach sicherer. So, jetzt wäre es halt richtig, bitte ein Nebenzaun. Und wenn er dann quitten würde, das wäre traurig. Ihr versucht, unsere Waren zu stehen. Ihr seid nicht besser als wir. Einige unserer Abnehmer sind Adlige. Das werdet ihr nicht unbestattet überleben. Das kann ich euch sagen. Was, Adlige? Tu nicht so blöd, nimm dies. Ach, von wegen. Wie konnte das nur passieren? Ich habe alles verloren. Ja, das kommt davon, wenn man ein doofe Reden schwingt hier, ja. Ja, große Klappe, nichts dahinter. So, mittlerweile schon Level 18. Das läuft hier auch wie am Schnürchen. Ein sehr schönes Level ab mal wieder. Klassisch Eick halt, ne. Meisterachs kriegen wir auch. Einzug mehr, aber super. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Nehmen wir uns die Waren und dann lasst uns von ihr verschwinden. Jawohl. Ach, es fühlt sich gut an, hier so ein Kapitel abzuschließen, ja. Grails Hältner sind zurück. Gut gemacht. Die Nachricht über euren Sieg wurde mit Freuden aufgenommen. Genau wie die Ware, die ihr beschlagnahmt habt. Nun zu eurer Bezahlung. Wartet, diese geheimnisvollen Waren bestehen aus schweren Kisten. Würdet ihr mir verraten, was drin ist? Das. Eure Aufgabe hieß, die Waren hierher zu bringen. Alles andere braucht euch nicht zu interessieren. Aber Prinzessin de Lynch hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen. Ihr wollt sich sicherlich über eure sichere Rückkehr informieren. Es scheint, die hohe Priesterin wird euch morgen eure Bezahlung geben. Vielleicht wollt ihr dann mit ihr sprechen. Jetzt entschuldigt mich, ich muss gehen. Also gut. Ja gut, wer jetzt logisch kombiniert hat im Kopf, ja, kann sich schon denken, was in den Kisten drin war. Oh, Katzi. Ja gut, wer jetzt geht. Ja gut, wer jetzt geht. Das war's. Oh, eine große Versammlung, Leute. Das wurde hier episch in Szene gesetzt, ja. Ach ja, wieder mit kenniges Theme, wunderbar. Sehr viele wichtige Personen, die hier an der Bildfläche erscheinen. Das wird interessant. Vielen lieben Dank für euer Erscheinen, meine lieben Laguz-Könige. Es ist Jahrzehnte her, dass wir uns alle an einem Ort versammelt haben. Ich möchte euch König Deggensi von Goldor... Ich möchte auch König Deggensi von Goldor danken, der diese Zusammenkunft in kürzester Zeit arrangiert hat. Das ist doch nicht der Rede wert, König Kenniges. Meine Könige und Landsleute, hört meine Worte. Wie ihr ohne Zweifel bereits vernommen habt, ist da einen Crimea eingefallen und hält es besetzt. Sicher, Crimea ist eine Nation der Beorg. Aber seit diese Nation existiert, bemüht sie sich auf jede Weise, die Laguz mit Würde und Respekt zu behandeln. Dies gilt besonders für die Zeit der letzten 30 Jahre, in denen der gute König Ramon die Regentschaft führte. In dieser Ära haben Gallia und Crimea viele ehrgeizige kulturelle Projekte ins Leben gerufen, um unsere Völker einander näher zu bringen. Nur einer hat unsere Bemühungen immer verschmäht. Der König von Daain, Aschnar, warum er aber den momentanen Weg eingeschlagen hat, das weiß auch ich nicht. Aschnars Handlungen sind ungeheuerlich. Sein Heer hat alle Gebiete Crimea zu den Waffen gezwungen. Das Volk lebt in Angst und Schrecken. Sein König ist tot. Und nun setzen die Daain ihren zerstörerischen Marsch fort und überschreiten die Grenzen ins Territorium der Laguz. Sie marschieren in Gallia ein. Und das geschieht, o König der Raubkatzen, weil euer Land die Weise des Königs von Crimea aufgenommen hat, nicht wahr? Ja, diese Rechtfertigung werden auch sie anführen. Aber die Prinzessin von Crimea befindet sich gar nicht mehr in Gallia, habe ich recht. Eure Spione leisten gute Arbeit wie immer, König Tibarn von Phenixis. Ihr habt recht, die Prinzessin ist nach Benion abgereist. Ich weiß das nur, weil sie einem Schiff zu Hilfe eilte, auf welchem sich die hohe Priesterin von Benion befand. Ah, Prinzessin der Lyncher befindet sich also in Sicherheit und in Kontakt mit dem Imperium Benion. Das erleichtert mein schweres Herz ein wenig. Ich denke nicht, dass die Daain bereits diese Information besitzen. Wäre bekannt, dass die Prinzessin von Crimea in Benion Zuflucht gefunden hat, würden die Daain die Invasion von Gallia vielleicht beenden. Eure Information ist veraltet, König der Falken. Haben eure viel gerühmten scharfen Augen etwa nachgelassen? Sind eure scharfen Ohren womöglich mit Wachs verstopft? Habt ihr uns etwas zu sagen? Würdet ihr uns bitte eine Erklärung geben, König von Kilvas? Prinzessin der Lynch hat Crimea nur mit viel Glück leben verlassen können und ist dann nach Galia geflohen. Und ein gewisser König der Biester dort, einer auf den sie all ihre Hoffnungen gesetzt hatte, hat beschlossen ihr nicht zu helfen. Sie wussten keinen Zufluchtsort und so verbracht die Prinzessin in der Gefolge zwei Monate auf dem Meer. Erst vor wenigen Tagen ist sie in Benion eingetroffen. Daain weiß ich es alles genau so, wie ich es tue. Und der König hat einen Trupp Jäger zusammengestellt, um aus dem Mädchen eine Leiche zu machen. Und das, liebe Könige, sind die neuesten Nachrichten. Zumindest ist das mein letzter erbärmlicher Wissensstand. Daain weiß, dass die Prinzessin sich in Benion aufhält. König Nezala, wie kommt es, dass ihr im Besitz solcher Informationen seid? Nun, da gibt es keinen Trick. Ich spitze einfach meine Ohren und drehe mich in die richtige Richtung. Ihr wollt uns glauben machen, dass der Wind euch dies einfach so zugetragen hat. Das ist eine höchst seltsame Geschichte, Nezala. Findet ihr wirklich? Nun, ich kenne da schon einen Trick, um an Informationen zu kommen. Soll ich ihn mit euch teilen? Wenn menschliches Gewürm involviert ist, passe ich. Ich habe in Sicherheit nicht mal einen stolzer Laguz vergessen. Ist das nicht typisch für Phoenixes, sich an die verwitterten Überreste des Stolzes zu klammern? Dazu verkünden, dass ihr niemanden angreift außer Schiffe aus Benion? Sollt ihr lieber zugeben, dass ihr zum Meer auch nicht in der Lage seid? Was behauptet ihr da? Ihr werdet sofort aufhören damit. König Nezala von Kilvas, eure letzten Vorgehensweisen könnten in der Tat als übertrieben definiert werden. Schwarzer Drache, König von Goldor, was meint ihr denn über mein Vorgehen zu wissen? Bitte erleuchtet mich. Dann darf ich euch daran erinnern, dass ein Schifter Beorg, welches ihr angegriffen habt, sich in Phoenixes Gewässern befunden hat und im Territorium von Goldor gestrandet ist. Oh, das. Nezala, ihr Lügner. Ihr habt schon wieder versucht, euch in mein Gebiet einzuschleichen. Gebt's zu. Mein Sohn Kurt Naga hat mir berichtet, dass ein Beorg, der Prinzessin von Crimea ähnlich ist, als ich an Bord dieses Schiffs befand. Das ist wahr. Was, König Nezala, ihr? Jetzt tut doch nichts zu überrascht. Ich habe nicht die Absicht, auf ewig eine winzig kleine Insel zu regieren. Ich werde dafür sorgen, dass der Gnamek Kilvas unvergessen bleibt. Und dafür reicht kein Gold aus. Laguz oder Beorg, mir egal. Wenn die Bezahlung stimmt, gibt es nichts, was ich nicht tun würde. Mich interessiert euer Ehrgeiz nicht, aber ihr solltet eure Praktiken mit etwas mehr Umsicht wählen. Worin liegt der Vorteil, euer Herrschaftsgebiet zu vergrößern, wenn ihr an jeder Grenze Feinde vorfindet? Für den Moment werde ich mir eure Worte zu Herzen nehmen. Und auch ihr, König von Phoenixes, zu was wird eure Piraterie führen, wenn ihr damit den Zorn Benyons auf euch zieht? Wenn ihr auf diesem Weg weiterschreitet, ist nicht abzusehen, wann die Feindseligkeiten enden werden. Bevor sich das Volk von Benyons nicht vor das Abschlachten unserer Brüder, den Clan der Sirenes, entschuldigt hat, werde ich nicht damit aufhören. Prinz Rhaeson von Sirenes, seid ihr der gleichen Ansicht. Blutvergießen führt zu Blutvergießen. Und Gewalt zieht immer Gewalt nach sich. Und nichts anderes. Rache ist nur ein anderer Name für Mord. Und ihr, König von Galia, was werdet ihr für eure Heimat tun? Nun, da ihr wisst, dass da ein seine Armee nach Galia schickt und dies nur ein weiterer Schritt in diesen Krieg spielt, ist das werdet ihr tun? Solange sie uns nicht offiziell den Krieg erklärt haben, warten wir ab und beobachten die Situation. Wenn das der erste Schritt dazu ist, das menschliche Wurm auszurotten, wird für nächstes euch helfen, ihn da ein niederzuschlagen. Nein, solange es nicht zu einem Krieg auswächst, der alle Nationen betrifft, verlange ich von euch Zurückhaltung. Galia wird durch das Meer der Bäume geschützt, daher können wir die Angriffe der Daein abwehren. Ach, der Luxus einer großen Nation. Ihr würdet die Chance, euer Territorium zu erweitern ungenutzt lassen, nur um den Status quo zu halten? Traurig. Ich stelle mir dem König von Galia zu. Würden wir Laguz eine Allianz gegen die Daein bilden, würden wir Benion auf die Seite von Daein treiben und einen wertvollen Verbündeten verlieren. Das Feuer des Krieges wird nie zufällig entfacht. Zuallererst müssen wir an Leerrands Medaillon denken. Wir wissen nicht, wo es sich befindet, aber es existiert, das wissen wir. Und sagen es existiert, können wir nicht zulassen, dass all unsere Nationen in einen Krieg hineingezogen werden. Versteht ihr das, Könige der Laguz? Ich bitte euch, dies nicht zu vergessen. Oha. Was? Das Deckel ist geöffnet? Eigentlich nicht, aber okay, wie auch immer. Das muss ich mal überprüfen. Wie auch immer, Leute. Ich denke, das wollt ihr jetzt sowieso ins Safe-Menü wechseln. Von daher mache ich dann hier auch Schluss. Okay, komisch, alles klar. Wie auch immer. Auf jeden Fall, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Path of Radiance. Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.